Christian Gellenbeck Verfolgung in München Kapitel 1 Der Mann mit dem Briefumschlag Schon viertel nach zwei. Lotte hat Verspätung. Max wird ungeduldig. Wo ist sie denn? Hat sie unser Treffen vergessen? Um zwei, hatte er ihr gestern in der Schule gesagt. Aber Max hat nicht gesagt, wo. War auch nicht nötig. Die beiden treffen sich immer im englischen Garten. Auf einer Bank am chinesischen Turm. Max und Lotte kennen den Park wie ihre Westentasche. Kein Wunder, sie wohnen ja seit ihrer Geburt ganz in der Nähe im Stadtviertel Schwabing. Heute sind beide 15 Jahre alt und die besten Freunde. Sie gehen durch dick und dünn. Oft verabreden sich Max und Lotte im englischen Garten und entscheiden dann, was sie machen wollen. Heute steht Kino auf dem Programm. Munich. Ein Film von Steven Spielberg. Wo bleibt sie bloß? Fragt sich Max. Er nimmt sein Handy und gibt Lottes Nummer ein. Der AB antwortet. Hallo, hier ist Lotte. Bin leider nicht da. Liebe Message und ich rufe euch zurück. Tschüss. Max ist genervt. Mann, Lotte, ich warte schon über eine Viertelstunde auf dich. Wir verpassen die Vorstellung. Wo steckst du denn? Max seufzt's. Und diese Frauen. Er steht auf, geht einige Schritte, setzt sich wieder. Die Vorstellung beginnt in 25 Minuten. Wenn Lotte wenigstens anrufen würde, dann könnten sie sich direkt am Cinemax treffen. Da hört er Schritte. Schade, es ist nicht Lotte, aber ein Mann. Der ist aber komisch angezogen, denkt Max. Es ist Juni und schon ganz schön warm. Aber der Mann trägt einen weiten Regenmantel und einen Hut. Na, die drehen wohl mal wieder einen Film im Englischen Garten. Max schaut sich um. Komisch, nichts zu sehen. Weit und breit keine Kamera. Der Mann kommt auf Max zu. Max ist irritiert. Was will der von mir? Denkt er gerade noch. Und schon nimmt der Mann Max am Kragen. Max will sich losreißen. Aber der Mann ist stärker. Der Mann keucht. Dann flüstert er. Der Briefumschlag. Deutscher Geheimdienst. Heute Nachmittag um vier. Bonn. Herr Tino. Gitarre. Vorsicht, da sind noch andere. Endlich kann sich Max losreißen. Sie verwechseln die Person. Sagt Max ärgerlich. Ich warte auf eine Freundin. Der Mann lässt ihn nicht aussprechen. Er drückt ihm einen Briefumschlag in die Hand und läuft schnell weg. Max sieht, dass er ein Bein nachzieht. Und Blut ist am Saum des Regenmantels. Max ruft. Halt, warten Sie. Sie sind verletzt. Der Mann bleibt stehen und macht den Regenmantel auf. Dabei sieht er Max an. Ein großer, roter Fleck ist auch auf dem Hosenbein. Berufsrisiko, sagt er und verzieht schmerzvoll sein Gesicht. Ich hab's dir gesagt. Vorsicht vor den anderen. Der Mann dreht sich um und will weiterlaufen. Max versucht ein letztes Mal, ihn zurückzuhalten. Warten Sie. Ich hab kein Wort von Ihrer Geschichte verstanden. Aber der Mann ist schon hinter den Bäumen des Parks verschwunden. Max dreht und wendet den Briefumschlag. Was soll er damit machen? Er setzt sich hin und überlegt. Fünf Minuten später kommen zwei große Männer in seine Richtung gerannt. Sie haben beide einen Anorak an und tragen Sonnenbrillen. Also wirklich, denkt Max, wie die Leute sich heutzutage anziehen. Max versteckt den Briefumschlag unter seinem T-Shirt. Als die beiden Männer vor ihm stehen, fragt ihn der Größere. Hey, hast du nicht so einen komischen Typen mit einem Regenmantel gesehen? Max zögert. Sind das vielleicht die anderen? Was soll er jetzt tun? Den beiden alles erzählen? Also, los, Kleiner. Hast du den gesehen oder nicht? Max hasst es, wenn man ihn Kleiner nennt. Er ist doch schon 15 Jahre alt. Die beiden Männer antworten nicht. Da sehen sie etwas auf dem Boden. Guck mal, Blut. Dann kann er nicht weit sein. Los, beeilen wir uns. Sie rennen weg. Max kann sich das alles einfach nicht erklären. Aber eins weiß er. Den Briefumschlag behalten ist zu gefährlich. Den muss er so schnell wie möglich loswerden. Er hat zwar keine Ahnung, was da drin steht, aber die Sache ist ihm einfach zu heiß. In die nächste Mülltonne werfen, denkt er. Also steht Max auf und geht zu einer Mülltonne. Sie ist total voll, aber Max kann den Briefumschlag reinstopfen. Er schaut sich um. Niemand hat ihn gesehen. Jetzt fühlt sich Max besser. Aber trotzdem ist er unruhig. Oder einfach neugierig. In dem Briefumschlag müssen wichtige Infos sein. Der Mann hat ihn ihm gegeben, ohne Max zu kennen. Und er wirft ihn einfach weg. Ganz schön feige von mir, denkt Max. Außerdem war der Mann verletzt. Vielleicht ist er sogar eine Lebensgefahr. Ich muss die Polizei anrufen. Max geht zurück zur Mülltonne. Er wühlt im Müll und fischt den Briefumschlag wieder heraus. Ein kleiner Junge kommt mit seiner Mutter vorbei und schaut Max neugierig an. Mama, was macht er da? Mit dem Briefumschlag in der Hand geht Max zum Ausgang des Parks. Da klopft ihm jemand auf die Schulter. Max fährt zusammen. Du gehst doch wohl nicht ohne mich, oder? Lotte, Mann, hast du mich erschreckt. Was machst du denn hier? Wie? Was mache ich hier? Wir hatten uns doch verabredet. Ach ja, entschuldige. Ich bin ein bisschen durcheinander. Max schaut auf seine Armbanduhr. Es ist Viertel vor drei. Kino adieu. Ich muss mich entschuldigen, sagt Lotte. Ich bin ein bisschen spät dran. Wohin jetzt? Zur Polizei. Kapitel 2 Herr Tino Max hat Lotte alles erzählt. Der deutsche Geheimdienst? Mann, super! ruft Lotte ganz aufgeregt. Max wundert sich nicht über Lottes Reaktion. Für Abenteuer ist sie immer zu haben. Angst? Das Wort kennt sie nicht. Max ist noch ein bisschen geschockt von dem, was er gerade erlebt hat. Als er Lotte erzählt, dass er den Umschlag zur Polizei bringen will, hat Lotte eine andere Idee. Komm, wir suchen selbst diesen Herrn Tino und geben ihm den Briefumschlag. Bei dem tollen Wetter habe ich keinen Bock auf Kino. Ja, aber der Typ mit dem Briefumschlag war verletzt. Ein Geheimagent macht das mit links. Der braucht dich nicht als Krankenpfleger. Lotte hat recht. Außerdem liebt Max Grimis. Im Film, im Fernsehen und als Bücher. Vielleicht trifft er heute zum ersten Mal in seinem Leben einen Spion. Lotte fragt. Was hat dir der Mann mit dem Briefumschlag genau gesagt? Max erinnert sich. Deutscher Geheimdienst, dann ein gewisser Herr Tino. Ach ja, und Vorsicht vor den anderen. Und Bonn. Bonn? Bisschen weit, um dort einen Briefumschlag abzugeben. Und dann hat er noch gesagt, heute Nachmittag, 4 Uhr. Das ist schon besser. Nein, das ist ja super. Max versteht Lotte nicht. Wieso super? Lotte erklärt. Wenn das Treffen heute Nachmittag ist, dann ist dieser Herr Tino bestimmt nicht in Bonn. Der ist hier, in München. Sie schaut auf ihre Uhr. 3 Uhr. Wir müssen uns beeilen. Und wo finden wir diesen Herrn Tino deiner Meinung nach? Lotte läuft vor der Bank auf und ab und überlegt laut. Na, an einem Ort in München, der mit Bonn zu tun hat. Eine Straße zum Beispiel. Oder... Max sagt kein Wort. Dann lächelt er. Wieso lächelst du? fragt ihn Lotte. Nichts. Ich warte auf weitere geniale Ideen. Wieso? Hast du keine? Doch, sagt Max und steht auf. Komm mit, sonst verpassen wir noch das Treffen. Bonner Platz. Das ist die U-Bahn-Haltestelle, wo meine Großmutter wohnt. Schnell verlassen die beiden den Englischen Garten und gehen in Richtung U-Bahn-Haltestelle Dietlindenstraße. Die nächste U-Bahn fährt in 10 Minuten. Eine junge Frau fragt Max. Entschuldigung, zur Radlkoferstraße. Ist das richtig? Sie hat einen spanischen Akzent. Max zögert. Die Radlkoferstraße ist in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle Theresienwiese. Ob sie den Mann mit dem Briefumschlag kennt? Lotte schaut Max an und schüttelt den Kopf. Dann zeigt sie auf die drei kleinen Kinder der Frau. Es sind wohl Touristen. München ist voll davon. Max lacht. Diese Geschichte macht mich noch verrückt. Ich sehe schon Gespenste. Dann erklärt er der Frau. Sie fahren bis zur Haltestelle Odeonsplatz. Da steigen sie um und nehmen die Linie S1 in Richtung Westendstraße. Dann steigen sie an der Haltestelle Theresienwiese aus. Die U-Bahn kommt und alle steigen ein. Max und Lotte reden wenig. Beide denken nach. Was für eine komische Situation. Ein Mann, den sie nicht kennen, sagt ihnen, sie sollen einen anderen Unbekannten treffen. Max fragt sich. War das richtig, dass ich den Briefumschlag wieder rausgeholt habe? Auch Lotte überlegt. War das richtig, dass ich Max in dieses Abenteuer reinziehe? Dann schauen sich beide an und sagen im gleichen Moment. War das richtig? Sie sagen den Satz nicht zu Ende und müssen lachen. Die U-Bahn erreicht die Haltestelle Münchner Freiheit. Da müssen sie umsteigen in die U3. Max kennt die Münchner U-Bahn-Linien wie im Schlaf. Nur eine Haltestelle und sie sind am Bonner Platz. Es ist fünf Minuten vor vier. Max und Lotte sind nicht die einzigen, die aussteigen. Die Leute laufen schnell zum Ausgang. Lotte setzt sich auf eine Bank. Max läuft den Bahnsteig auf und ab. Da kommt schon die nächste U-Bahn. Leute steigen aus und ein. Wie sieht wohl dieser Herr Tino aus? Fragt sich Max. Wie der da mit der Aktentasche? Oder der da, der sich suchend umschaut? Oder wie der alte Mann da mit dem Stock? Der Bahnsteig wird wieder leer. Max geht zu Lotte. Wir können die Leute ja wohl schlecht nach ihrem Namen fragen. Oder ein Suchschild Herr Tino hochhalten. Im gleichen Moment hören Max und Lotte Gitarrenmusik. Einer der typischen Straßenmusikanten, die sich etwas Geld verdienen wollen. Beide gehen zu dem Gitarrenspieler. Er ist jung und sieht südländisch aus. Herr Tino? Fragt Lotte. Der Musiker lächelt, aber er sagt nichts. Max zieht den Briefumschlag aus der Hosentasche und will ihn ihm geben. Der Mann wehrt ab. No, sagt er und schaut sich vorsichtig um. Da sind zwei Typen auf dem Bahnsteig gegenüber. Die beobachten uns. Gebt dem Flößer an der Lände den Briefumschlag. Mehr sagt der Musiker nicht. Er nimmt die Gitarre und läuft schnell weg. Eine Stimme vom anderen Bahnsteig. Bleib stehen, Kleiner! Wir sind gleich da! Max erkennt die beiden Männer sofort. Das sind die vom Englischen Garten. Kapitel 3 Verfolgung in der U-Bahn Die beiden Männer im Anorak auf dem Bahnsteig fangen an zu rennen und verschwinden im Gang der U-Bahn Haltestelle Bonner Platz. In weniger als einer Minute sind sie bestimmt auf dem Bahnsteig von Max und Lotte. Da bleibt keine Zeit mehr wegzulaufen. Zum Glück fährt gerade eine U-Bahn ein. Max und Lotte steigen schnell ein und drängen sich an den Leuten vorbei. Das Abfahrtssignal ertönt. Die Türen schließen sich. Hinter der Fensterscheibe stehen die beiden Männer. Atemlos und wütend. Mann, das war knapp. Ja, aber wer um Himmels Willen sind die beiden? Fragt Lotte. Max hat keine Ahnung. Genauso wenig weiß er, wer der Mann mit dem Briefumschlag oder dieser Herr Tino ist. Aber eine Sache ist klar. Für den Umschlag interessieren sich ganz schön viele Leute. Wir könnten doch den Briefumschlag aufmachen. Sagt Lotte. Hier in der U-Bahn? Bist du wahnsinnig? Da sind viel zu viele Leute. Du hast recht. Besser, wir wissen so wenig wie möglich. Wir müssen den Briefumschlag aber loswerden. Was hat der Gitarrenspieler nochmal gesagt? Gib dem Flöße an der Lende den Briefumschlag. Lotte hatte sich den Satz gemerkt. Flöße. Lende. Was meint er damit? Und dann geht ihr ein Licht auf. Natürlich. Die Isar. Münchens Fluss. Und auf dem fahren mutige Leute mit einem Fluss. Eine riesen Gaudi. Und ein Flöser muss immer dabei sein. Aber weder Max noch Lotte wissen, wo die Lende mit den Flößen ist. Lotte steht auf und geht auf eine Frau zu. Entschuldigung, ich bin neu in München. Wissen Sie vielleicht, wo man Flossfahrten auf der Isar machen kann? Max ist sprachlos. Lotte ist so selbstsicher. Die Frau hat von Flossfahrten auf der Isar noch nie gehört. Also geht Lotte durch den U-Bahnwagen und fragt einen Fahrgast nach dem anderen. Das Ergebnis ist mager. Männliche Leute tun so, als hätten sie die Frage überhaupt nicht gehört und vertiefen sich weiter in ihre Zeitung. Ein älterer Mann lacht laut. Lotte will fast aufgeben, als eine ältere Frau ihr ein Zeichen gibt. Ich weiß, was Sie suchen. Die Lende in Wolfratshausen. Dann beginnt sie umständlich zu erklären, dass sie bis vor einigen Jahren als Kellnerin in einem Café gearbeitet hat. Und das liegt direkt an der Abfahrtstelle der Flöße. Lotte unterbricht sie. Entschuldigung, aber ich bin in Eile und... Ist schon gut, antwortet die Frau. Also nach Wolfratshausen und von dort in zehn Minuten zu Fuß über die Weidacher Landstraße zur Abfahrtstelle. Wenn Sie zum Café kommen, grüßen Sie den Alois von mir. Ach, ich bin doch deppert. Der arbeitet dort bestimmt nicht mehr. Der ist ja viel älter als ich. Und... Lotte hat keine Lust, sich auch noch die Geschichten vom Alois anzuhören. Und geht zurück zu Max. Auftrag erledigt. Wir müssen nach Wolfratshausen. Da ist die Floßlände. Gut gemacht, Lotte. Wir steigen in Obersendling aus und nehmen dann die S7 nach Wolfratshausen. Das geht schneller. Genau so machen es die beiden. Als sie im Gang der U-Bahn sind, hören sie plötzlich eine Stimme hinter sich. Hey! Ihr beiden! Halt! Stehen geblieben! Max dreht sich um. Oh, schon wieder die beiden Männer im Anorak. Wie haben die uns denn gefunden? Max und Lotte rennen los. Zum Glück hat die U-Bahn-Haltestelle ganz viele Gänge mit wahnsinnig vielen Leuten. Da kann man schnell jemand aus den Augen verlieren. Die S7! Da! Links! Schnell! Ruft Lotte. Die beiden laufen eine Rolltreppe runter. Max dreht sich um. Die beiden Männer sind immer noch hinter ihnen. Dann kommen sie in eine große Halle. Wir werden einfach nicht los! Sagt Lotte atemlos. Da sieht Max einen Fotoautomaten. Er nimmt Lotte am Arm. Komm! Die beiden quetschen sich in den engen Fotoautomaten, ziehen den Vorhang vor und setzen sich auf den Hocker. Wenn jetzt jemand Fotos machen muss, gibt es eine Katastrophe! Murmelt Lotte. Da kommen die beiden Männer im Anorak. Vor ihnen sind fünf Gänge. Sie wissen nicht, welchen sie nehmen sollen. Die haben uns abgehängt, sagt der Größere. Keine Angst. Die finden wir schon wieder. Das sind doch nur zwei kleine Würstchen. Der Boss wird sauer werden. Du machst dir ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. Dich sollte man wirklich fotografieren. Schau mal, da ist dein Fotoautomaten. Der Kleinere zieht den Größeren am Arm in Richtung Fotoautomaten und hat schon den Vorhang in der Hand. Echt? Dein Gesicht ist ein Fotowert? Na hör schon auf. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Komm, wir versuchen diesen Gang hier. Die beiden Männer verschwinden. Max und Lotte atmen auf. Das war mal wieder knapp. Sie warten noch einige Minuten und kommen dann aus dem Fotoautomaten raus. Überall sind viele Leute, aber nicht mehr die beiden Männer im Anorak. Max und Lotte laufen schnell zur Linie S7 Richtung Wolfrathshausen. Der Flöser Max und Lotte sind an der Floßlände in Wolfrathshausen. Schnell fließt der Fluss an ihnen vorbei. Am Ufer sind die Flöße fest vertaut. Dann kommen die beiden zu einer Holzhütte. Riesen Gaudi. Eine Floßfahrt auf der Isar steht da geschrieben. Die beiden klopfen an der Tür. Keine Antwort. Mittlerweile sind auch einige Touristen gekommen. Auch sie wollen eine Floßfahrt machen. Aber vom Flöser ist nichts zu sehen. Lotte hält einen Jogger an. Entschuldigung, wissen Sie vielleicht, wo der Flöser ist? Der Jogger weiß es auch nicht. Max und Lotte gehen den Uferweg weiter entlang. Da sitzt, fast ganz versteckt vom Grün der Büsche, ein Angler. Nochmal fragt Max nach dem Flöser. Ja mei, der Floß Michel, sagt der Angler mit starkem bayerischem Akzent. Wenn sie nicht hier ist, dann da drauf im Kaffee. Aha, im Kaffee also. Komisch, denkt Lotte. Da warten die Leute und wollen eine Floßfahrt machen. Und der Flöser sitzt im Kaffee. Max und Lotte gehen noch ein Stück am Ufer entlang. Das blau-weiße Schild Kaffee zur Floßlände sehen sie schon von Weitem. Die beiden gehen rein und setzen sich an einen Tisch. Eine junge Frau kommt und fragt, was sie möchten. Nach der Verfolgung in der U-Bahn sind Max und Lotte hungrig und durstig. Max bestellt eine Cola und ein Schinkenbrötchen. Lotte will eine Limonade und ein Sandwich. Eine Cola, eine Limonade, ein Schinkenbrötchen und ein Sandwich, ruft die Kellnerin zum Wirt am Dresen. Im Kaffee ist es ziemlich laut. In einer Ecke sitzen sechs Männer mit vielen leeren Biergläsern auf dem Tisch und spielen Karten. Plötzlich sagt einer zu seinem Nachbarn, Du Depp, du mogelst ja. Sofort folgt eine laute Diskussion. Max wundert sich, dass der Wirt am Dresen nichts sagt. Na, werden wo Stammgäste sein? Denkt Max. Dann beruhigen sich die Männer wieder und spielen weiter. So, mit wem gehst du denn jetzt? Du bist doch dran. Ich spiele jetzt mal deine Karten aus. Wo bist du? Prost jetzt. Ja, feil ich. Also, aus. Max und Lotte schauen sich um. Da ist eine Dame mit einem kleinen Pudel auf dem Schoß und ein Mann, der Zeitung liest und ein Bier trinkt. Zwei Männer am Dresen unterhalten sich mit dem Wirt. An einem anderen Tisch sitzt ein Pärchen. Sie küssen sich und ihr Kaffee wird kalt. Max und Lotte schauen sich jeden Tisch genau an. Aber kein Gast scheint der Flößer zu sein. Die Kellnerin bringt die Bestellung. Lotte will gerade in ihr Sandwich beisen. Da geht die Tür auf und ein kleiner Mann tritt ein. Der Wirt begrüßt ihn herzlich. Servus, Michel. Na, schon ein Floßfahrt gemacht heute? Der Mann antwortet nicht und setzt sich an einen Tisch am Fenster. Du, das ist er, sagt Max ganz leise. Kein Zweifel, da sitzt unser Mann, der Flößer. Eigentlich sieht er eher wie ein Seemann aus. Rote Baseballmütze, blau-weiß gestreiftes T-Shirt, gelbe Gummistiefel. Die Kellnerin bringt ihm ein Bier. Siehst du, sagt Max, er hat nichts bestellt. Und sie bringt ihm sofort ein Bier. Das ist ein Stammgast. Okay, sagt Lotte. Ich gehe jetzt zu ihm. Warte, ich komme mit, antwortet Max. Die beiden stehen auf und gehen zu dem Mann. Max fragt höflich. Entschuldigung, ist hier noch frei? Der Mann schaut die beiden überrascht an, sagt aber nichts. Herr Tino schickt uns, sagt nun Lotte leise. Der Mann macht ein unbewegliches Gesicht. Und dann eine Geste, die so viel bedeutet wie, setzt euch. Habe ich richtig gehört? Der Tino? Der arbeitet doch sonst nicht mit so jungen Leuten zusammen, sagt der Flößer nach einer Pause. Max sagt ihm, dass sie Herrn Tino erst seit diesem Nachmittag kennen. Der Flößer schaut aus dem Fenster. Nervös trommelt er mit den Fingern auf einem Tisch. Dann fragt er Max, ob jemand den beiden gefolgt ist. Max erzählt von den beiden Männern in der U-Bahn und von dem Fotoautomaten. Der Fotoautomat. Ein ideales Versteck, sagt der Flößer ironisch. Max will nun die Geschichte mit dem Fotoautomaten genauer erzählen. Aber Lotte stößt ihn unter dem Tisch ans Knie. Max schaut sie fragend an. Das reicht Max, steht in ihrem Gesicht geschrieben. Also zieht Max den Briefumschlag aus der Hosentasche und gibt ihn dem Flößer. Der lässt den Briefumschlag wortlos in seinem Rucksack verschwinden und schaut wieder aus dem Fenster. Max und Lotte warten gespannt. Dann, nach einer langen Pause, sagt der Flößer. Gibt's noch was? Nee, eigentlich nicht, antwortet Max. Na dann Servus, sagt der Mann nicht gerade freundlich. Max steht auf und will dem Mann die Hand geben. Der schaut Max mit unbewirklichem Gesicht an. Aber Max gibt nicht auf. Es war mir ein Vergnügen, für den deutschen Geheimdienst zu arbeiten. Der Flößer will lachen, überlegt es sich dann aber anders. Für den was? Max schaut sich um. Vielleicht hat er ja zu laut gesprochen. Er beugt sich zu dem Mann und sagt, Der Mann, der mir den Umschlag gegeben hat, hat das gesagt. Sie gehören alle zum Geheimdienst, nicht wahr? Ich? Ähm, ja also, Geheimdienst. Ja, sehr, sehr geheim. In dem Moment packt Lotte den Rucksack des Flößers und leert den Inhalt auf den Boden. Schnell nimmt sie den Briefumschlag an sich und ruft zu Max. Los, nichts wie weg! Max kapiert überhaupt nichts mehr, aber folgt Lotte ohne zu zögern. Beide stürzen zur Tür. Auch der Mann steht auf und will ihnen hinterher. Aber die Kellnerin hält ihn zurück. Hey, deine beiden Freunde haben die Rechnung nicht bezahlt. Das sind nicht meine Freunde, antwortet der Mann. Der Flößer reißt sich los und rennt zur Tür. Dabei stößt er an einen Tisch, stolpert und fällt hin. In dem Durcheinander fällt auch ein Bierglas um. Und das Bier tropft auf seinen Kopf. Die Kellnerin lacht. Okay, okay, schon gut. Geht auf unsere Rechnung. Draußen rennen Max und Lotte so schnell sie können zur S-Bahn, Haltestelle Wolfratshausen. Auf halbem Weg sehen sie ein Taxi. Taxi! Schon hält der Wagen. Max und Lotte steigen schnell ein. Schnell, weg von hier! Sagt Lotte zum Taxifahrer. Fünf. Der Taxifahrer. Wohin soll's denn gehen? Zum dritten Mal, fragt der Taxifahrer. Aber er bekommt immer dieselbe Antwort von Lotte. Immer geradeaus, Richtung Innenstadt. Max versteht nicht, was Lotte im Café gemacht hat. Der Typ, der Flößer, war mir total unsympathisch. Also, wenn du seine Kleidung meinst? antwortet Max. Er ist doch schließlich Flößer. Da muss man sich doch so anziehen. Lotte sagt. Nein, ich meine, wie er über den Geheimdienst geredet hat. Ein Spion gibt doch nicht einfach so zu, dass er dazugehört. Ja, sagt Max. Da hast du recht. Das war echt seltsam. Also, ich glaube kein Wort von dieser Geschichte mit dem Geheimdienst. Sagt Lotte. Und wer sind die Männer dann? fragt Max. Vielleicht Drogenhändler oder Terroristen? Ach komm, Lotte. Du siehst zu viel fern. Oder sind das deine Computerspiele? Nee, das habe ich aus dem Kino. antwortet Lotte und lacht. Auch Max lacht. Donnerwetter. Eins zu null für dich. Max seufzt. Ich wollte doch den Briefumschlag loswerden. Und was machen wir jetzt? Wir gehen zur Polizei. Ach ja? sagt Lotte ironisch. Die Idee hatten wir doch schon mal, oder? Aber das geht nicht. Jetzt ziehen wir die Sache durch. Bis zum bitteren Ende. Was willst du damit sagen? fragt Max. Wem sollen wir denn jetzt den Briefumschlag geben? Etwa dem Flöße? Zurück ins Café und um Entschuldigung bitten? Nee. Ohne mich. Ich habe eine bessere Idee. sagt Lotte. Wir fahren. Der Taxifahrer unterbricht sie. Immer weiter geradeaus? Lotte schaut aus dem Fenster. Das Taxi fährt gerade am Tierpark Hellerbrunn vorbei. Ja, immer geradeaus. Wir sagen ihnen dann schon Bescheid. Hauptsache ihr habt genug Kleingeld. Dann können wir auch bis morgen früh kreuz und quer durch München fahren. Hahaha, sagt der Taxifahrer. Lotte schaut Max an. Komm, wir machen jetzt endlich den Briefumschlag auf. Max seufzt laut. Der Taxifahrer denkt, das ist ein Zeichen für ihn. Na, entschieden, wohin es geht? Noch nicht, sagt Lotte. Aber wir wissen, was wir jetzt machen. Na, immerhin etwas, brummt der Taxifahrer. Max öffnet vorsichtig den Briefumschlag. Jetzt wissen wir gleich, warum wir den ganzen Nachmittag wie die Verrückten herumhetzen, sagt er zu Lotte und zieht ein weißes Blatt mit komischen Zahlen heraus. Max dreht das Blatt um. Auf der Rückseite stehen vier Namen. Max liest laut vor. Heisenberg, Kolb, Karlstadt, Kästner. Na, was soll denn das heißen? Fragt Lotte. Zwei Schriftsteller, ein Physiker, eine Volksschauspielerin. Sagt Max. Danke, das weiß ich auch. Antwortet Lotte. Aber wo ist der Zusammenhang zwischen den Personen? Außer, dass alle tot sind. Keine Ahnung. Und was sollen die Rechtecke und die Pfeile? Max und Lotte drehen und wenden das Blatt immer wieder. Aber sie kommen zu keinem Ergebnis. Das Taxi ist nun am Siegestor in Schwabing. Jetzt sind die beiden wirklich weit genug von Wolfratzhausen entfernt. Eigentlich können wir jetzt aussteigen, sagt Max. Da ruft der Taxifahrer plötzlich. Werner Heisenberg, 1901 bis 1976. Nobelpreisträger für Physik. Annette Kolb, 1870 bis 1967. Schriftstellerin. Liesl Karlstadt, 1882 bis 1960. Bayerische Volksschauspielerin. Erich Kästner, 1899 bis 1974. Schriftsteller. Wow, sagt Lotte. Sie sind ja ein wandelndes Lexikon. Wollen Sie etwa in einer Quiz-Sendung mitspielen? Naja, sagt der Taxifahrer etwas verlegen. Ich habe mich wirklich bei Wer wird Millionär beworben. Mein Spezialgebiet sind bayerische Persönlichkeiten. Also, sagt Lotte, ich glaube wir steigen hier besser aus. Wir wissen ja noch immer nicht, wohin wir eigentlich wollen. Und ich schlage euch vor, dass wir zum Friedhof in Bogenhausen fahren. Warum denn zum Friedhof Bogenhausen, fragt Max erstaunt. Der Taxifahrer fährt an den Straßenrand, hält an und dreht sich zu Lotte und Max um. Werner Heisenberg, Annette Kolb, Diesel Karlstadt und Erich Kästner kannten sich vielleicht nicht persönlich. Aber alle sind auf dem Friedhof Bogenhausen begraben. Max und Lotte sind sprachlos. Woher wissen Sie das? Auch ein Taxifahrer kann ein gebildeter Mensch sein. Na, so habe ich das nicht gemeint, entschuldigt sich Lotte. Max bittet den Taxifahrer, die Todesdaten der vier Persönlichkeiten zu wiederholen. Und richtig, die Daten stehen genauso auf dem Zettel. 1976, 1967, 1960 und 1974. Und die Rechtecke bedeuten bestimmt die Gräber, sagt Max. Und die Pfeile zeigen die Richtung an, um ein Grab zu finden, sagt Lotte. Und die Zahlen neben den Pfeilen sind vielleicht die Entfernung in Metern. Oder die Zahl der Schritte, unterbricht Lotte ihren Freund. Um zu einem anderen Grab zu kommen. Und etwas zu finden, beendet Max den Satz. Genau so ist es, sagt der Taxifahrer. Also, los zum Friedhof Bogenhausen. Ja, so schnell wie möglich. Antworten Max und Lotte wie aus einem Mund. Wir sind da, sagt der Taxifahrer. Der Wagen hält vor einer großen, weißen Mauer. Dahinter sieht man eine Kirche mit dem typisch bayerischen Zwiebelturm. Wie viel kostet die Fahrt? fragt Lotte und macht ein ängstliches Gesicht. Schließlich sind sie über eine Stunde kreuz und quer durch München gefahren. Nichts, die Fahrt ist gratis. Ich helfe euch doch gern. Aber wenn ihr einen Schatz findet, denkt an mich. Ihr müsst euch beeilen. Der Friedhof schließt samstags um 18 Uhr. Dann öffnet der Taxifahrer sein Handschuhfach und sucht etwas. Am Ende hat er ein Stück Papier in der Hand. Da, ich hab etwas für euch. Das ist der Friedhofsplan. Ein Fahrgast hat den mal vergessen. Und ich hebe alles auf. Der Plan kann euch helfen. Super! Vielen Dank! Sie sind wirklich nett! Sagen Max und Lotte und steigen aus dem Taxi. Die beiden gehen gerade durch das Friedhofstor. Da taucht ein Wärter auf. Tut mir leid. Wir schließen jetzt. Bitte, bitte! Sagt Lotte. Wir müssen ganz dringend etwas kontrollieren. Dringend? antwortet der Friedhofswärter. So ein Wort gibt es nicht auf Friedhöfen. Da klingelt das Handy des Friedhofswärters. Kann man denn nie seine Ruhe haben? Sagt der Mann genervt und geht in sein Häuschen, um zu antworten. Max und Lotte nutzen den Augenblick und verstecken sich hinter dem ersten großen Grabstein. Zwei Minuten später kommt der Wärter zurück und hat die beiden schon vergessen. Er schließt das Tor von außen mit einer großen Kette und geht weg. Mann, das war knapp, sagt Max. Ja, aber jetzt sind wir hier ganz allein und können in Ruhe die Gräber suchen, antwortet Lotte. Mit Hilfe des Plans gehen die beiden an den Gräbern entlang. Es ist ganz still. Nur die Vögel zwitschern und ab und zu fährt der Wind durch die hohen Bäume. Max reißt das Stück Papier aus dem Briefumschlag in zwei Stücke. Los, sagt er zu Lotte. Du suchst das Grab von Erich Kästner und Liesel Karlstadt. Ich kümmere mich um Manette Kolb und Werner Heisenberg. Wir treffen uns hier wieder in 20 Minuten, okay? Einverstanden, antwortet Lotte. Jeder macht sich auf den Weg. Langsam gehen sie die Gräbereien entlang. Sie versuchen, so wenig Lärm wie möglich zu machen. Aber ihre Schritte auf dem Kiesweg sind unüberhörbar. Bei dem kleinsten Geräusch verstecken sie sich hinter den Grabsteinen oder hinter dem nächsten Baum. Vielleicht gibt es ja auch einen Nachtwärter. Da klingelt Lottes Handy. Sie antwortet leise. Hallo Mama. Nein, ich kann jetzt nicht sprechen. Wir sind im Kino. Nein, ich esse bei Max zu Abend. Um 10 Uhr bin ich zu Hause, okay? Bis nachher. Tschüss. Lotte schaltet ihr Handy aus und sucht nun das Grab von Erich Kästner. Komisches Gefühl, so allein auf einem Friedhof zu sein. Einige Grabsteine sind so alt, dass man gar nicht mehr die Namen lesen kann. Andere von Efeu ganz überwachsen. Ist es die weiße, kleine Kapelle da? Nein. Oder der große Stein aus Marmor? Auch nicht. Und dann ist sie angekommen. Kein Grabstein, sondern geschmiedete, schwarze Eisenornamente mit goldener Schrift. Erich Kästner 1899 bis 1974 Ach, was hat sie die Bücher von Kästner geliebt, als sie klein war. Lottes Mutter musste ihr immer wieder aus Das doppelte Lottchen vorlesen. Lotte schaut auf den Zettel. Lotte geht nun 275 Schritte. Dann biegt sie nach rechts ab und geht nochmal 89 Schritte. Sie schaut sich um und sucht einen Grabstein mit der Zahl 1940. Nichts. Plötzlich steht Lotte vor einer Art Mausoleum. Da liegen viele Blumen. Sie geht näher und liest Rudolf Mooshammer. Ja klar, das war doch der Münchner Modeschöpfer. Ein Unbekannter hat ihn umgebracht. Wann war das noch? Sie liest 1940 bis 2005. Sie schreibt den Namen Mooshammer auf ihren Plan. Danach sucht sie das Grab von Liesel Karlstadt. Es ist einfach zu finden. Auch hier schmiedeeiserne Blumenornamente und in der Mitte ein rotes Herz. Liesel Karlstadt Lotte geht nur einen Schritt weiter und schon steht sie vor einem Grab mit dem Geburtsdatum 1926. Es sieht genauso aus wie das von Liesel Karlstadt. Walter Sedlmayr 1926 bis 1990 Lotte erinnert sich. Wie Rudolf Mooshammer haben Unbekannte auch Walter Sedlmayr umgebracht. Ein Zufall? fragt sie sich. Lotte geht zurück zum Treffpunkt mit Max. Rudolf Mooshammer und Walter Sedlmayr, sagt Lotte. Ein Modeschöpfer und ein Schauspieler. Leni Riefenstahl und Rainer Werner Fassbinde, antwortet Max. Zwei Regisseure. Max und Lotte vergleichen nun die beiden Papierstücke. Was bedeuten nur die Zahlen in den Klammern? Max hat eine Idee. Vielleicht stehen sie für einen Buchstaben. Zum Beispiel. Der neunte Buchstabe von Riefenstahl ist A. Der siebte von Fassbinder ist N. Der fünfte von Sedlmayr ist M. Und der erste von Mooshammer ist auch M. A, N, M, M. Sagt Lotte. Scheint mir nicht sehr logisch. Max und Lotte drehen und wenden die Buchstabenkombinationen. A, N, M, M. N, A, M, 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 A, N, N. Mann! Ruft Lotte. Thomas Mann. Der Nobelpreisträger für Literatur. Von dem habe ich gerade die Buddenbrooks gelesen. Glaubst du... Die beiden beugen sich über den Plan des Taxifahrers. Da, Thomas Mann. Er liegt auch auf dem Friedhof Bogenhausen. Max und Lotte brauchen das Grab von Thomas Mann nicht lange zu suchen. Auf der glänzenden, dunklen Marmorplatte liegen einige Blumensträuße. Er hat noch immer viele Fans, sagt Lotte. Tja, und jetzt? fragt Max. Komm, lass uns mal genauer hinsehen. Sagt Lotte und hebt vorsichtig die Blumensträuße hoch. Ein Rosenstrauß ist sogar noch in Papier eingewickelt. Aber, sagt Max, das ist doch gar kein Papier. Das sieht aus wie Leinwand. Max wickelt die Leinwand auf. Auf der Vorderseite ist ein Gemälde zu erkennen. Vielleicht ist das die Lösung von dem Geheimnis, sagt Lotte. Hände hoch. Keine Bewegung. Kapitel 7 Die Männer im Anorak Max und Lotte drehen sich erschreckt um. Zwei Männer im Anorak mit einer Pistole in der Hand stehen vor ihnen. Max erkennt sie sofort. Es sind die Männer vom Englischen Garten. Na, ihr habt uns ganz schön auf Trab gehalten. Aber jetzt haben wir euch endlich. Hören Sie, sagt Max. Wir arbeiten für den deutschen Geheimdienst. Unsere Kollegen werden gleich da sein. Die beiden Männer lachen laut. Sehr komisch, sagt der Kleinere. Und ich bin der Präsident von Amerika. Darf ich vorstellen, das ist mein Freund, der Papst. Ich mache keinen Spaß, antwortet Max. Vielleicht kennen Sie ja Herrn Tino und den Flöße. Sie sind... Der Größere der beiden Männer stellt sich ganz nah vor Max und zeigt ihm seinen Ausweis. Kriminalpolizei, Kleiner. Kapiert? Die beiden kennen wir sehr gut und die sind schon festgenommen. Eure Kollegen erwarten euch auf dem Hauptkommissariat am Marienplatz. Und jetzt los, aber Dalli! Max schaut Lotte ängstlich an. Hauptkommissariat Marienplatz. Dann muss es etwas sehr Ernstes sein. Eine Stunde später sitzen Max und Lotte in der dritten Etage im Hauptkommissariat. Der Kommissar kommt rein, sagt nichts und breitet die Leinwand vom Grab auf dem Tisch aus. Wisst ihr, was das ist? Ähm, ein Gemälde, antwortet Lotte. Bravo! Weiter! Lotte weiß nicht, was sie sagen soll. Das ist ein berühmtes Gemälde, sagt nun der Kommissar. Kinderkarneval von Franz von Kaulbach. Es wurde letzte Woche auf einer Ausstellung in Lübeck gestohlen. Das Bild haben wir noch nie gesehen, sagen Max und Lotte aus einem Mund. Ach ja? antwortet der Kommissar spöttisch. Und was habt ihr dann mit der Leinwand am Grab von Thomas Mann gemacht? Lotte will die Geschichte erzählen, aber vorher muss Max den Raum verlassen. So, dann schieß mal los, sagt der Kommissar. Und Lotte erzählt. Vom englischen Garten mit dem Mann mit dem Briefumschlag bis zum Grab von Thomas Mann auf dem Friedhof Bogenhausen. Der Kommissar hört aufmerksam zu. Danach ist Max an der Reihe. Ich habe letzte Woche eine Doku im Fernsehen gesehen, erinnert sich jetzt Max. Da hat man über das Bild gesprochen, glaube ich. Jetzt erzählt auch Max, was am Nachmittag passiert ist. Wieder hört der Kommissar genau zu. Max erzählt dasselbe wie Lotte. Was wisst ihr von Herrn Tino und dem Flößer? Nur das, was wir gerade gesagt haben. antworten Max und Lotte wie aus einem Mund. Da klingelt das Telefon. Der Kommissar antwortet. Ja, einverstanden. Bist du sicher? Super. Er legt auf und lächelt Max und Lotte an. Ihr habt Glück. Die anderen drei kennen euch nicht. Welche anderen drei? fragt Max. Der Mann mit dem Briefumschlag, Herr Tino und der Flößer gehören alle drei zu einer Bande von Kunstdieben. Die hat letzte Woche das Bild von Kaulbach auf einer Ausstellung in Lübeck gestohlen, sagt der Kommissar. Aber warum hat der Mann mit dem Briefumschlag vom Geheimdienst gesprochen? fragt Max. Der wollte Eindruck auf dich machen. Oh Mann, was waren wir dumm! antworten Max und Lotte wie aus einem Mund. Im Gegenteil, antwortet der Kommissar. Ihr habt alles richtig gemacht. Ohne euch hätten wir nie das Gemälde gefunden. Aber warum habt ihr das alles riskiert? Max und Lotte schauen sich an. Ja, warum eigentlich? Sie wissen es auch nicht. Ich glaube, Max wollte mich beeindrucken, sagt Lotte und lächelt. Quatsch, protestiert Max. Du hast doch gesagt, das Wetter ist zu schön fürs Kino. Okay, sagen wir, wir wollten beide ein Abenteuer erleben. Können wir jetzt gehen? Nein, leider nicht. Ihr seid Minderjährige. Eure Eltern müssen euch hier abholen. Und nach einer Pause? Und sagt mal, wohin seid ihr eigentlich an der U-Bahn-Haltestelle plötzlich verschwunden? Max schaut zuerst Lotte an und dann den Kommissar. Ein alter Trick von Geheimagenten.